Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, zum weiteren Part, was auch immer, von Eko. Zum fünften Part von Eko. Ich habe einen Fox getroffen. Hast du schon mal getroffen? Ja, voll in den Rücken. Der schmeckt gut. Voll in den Backstabber. Brauch' mir Kohle demnächst. Oh, der ist tot. You killed the Fox. Dann mein Tomat ist weg. Okay, den Fox gekillt. Okay, ich komme jetzt auch noch da. Was ist das denn? Oh, 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 oh. In welche Richtung bist du gegangen? Keine Ahnung. Irgendwo in die Wüste oder im Haus, glaube ich, in der Nähe oder so ähnlich. In der Nähe oder so ähnlich. Ist auch cool. Ich habe doch keine Ahnung, okay? Okay. Ich bin einfach in die Wüste gegangen und Hasen drin. Ich sehe dich, ich sehe dich da hinten. Siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Hallo, Hase. Can't stop me now. Ich habe ein Hase ge... Oh, lol. Ja, was? Das ist wieder ein Wampen, Herr Schott, mein Freund. Ich habe dem Hasen einfach komplett durch den Kopf geschossen. Ich habe auch Nasen. Was heißt, wir haben alle drei eigentlich? Sieh, wir haben keinen anderen. Der andere habe ich bekommen, aber so. Oh, lol. Der ist aus Gründen nicht abgetaucht. Sag Bescheid, wenn du hast, wir sollten nicht mehr jagen, als wir müssen. Aber ich... Okay. Aber jagen ist lustig. Ja, ich sehe dich da hinten. Das ist dann echt bei dir. Nein, nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Hier ist niemand. Nachbar... Oh, hallo, Hase. Hier ist nobody. Gabin. Hab einen. Du machst schon Hasen. Hier ist doch einer. Direkt hinter dir war einer. Ich habe zwei Hasen. Es geht. Nein. Nein. Wie der Elch sich jetzt füllen muss. Junge, warum... Warum erschießt du den Elch? Er hat dir nichts getan. Er ist ein Elch. Er hat Fleisch. Können uns auch von Gemüse ein. Da ist noch ein Hase. Wir haben jetzt genug Hasen. Scheiß drauf. Ja, aber der Elch... Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Der Elch ist groß, okay? Und da ist ein Fuchs. Der Elch ist einer. Gerade hier ist er. Mein schönes Fuchs. Mein Hasen. Aber der Fuchs möchte ich abschießen. Einfach so aus Prinzip. Einfach wegen Schimmern. Tja. Alter, da hinten ist noch ein Hase. Es ist kaum gehe ich mal los und suche Hasen, sehe ich Tausende. Ich bin kurzsichtig, okay? Da hast du einen Punkt. Du hast recht. Wo ist der Fuchs? Der Fuchs hat... Hast du die Elche schon bei dir zu Hause? Ich glaube schon. Gut, weil dann gehe ich gerade mal und mache das Research-Ding. Ich habe auf jeden Fall zwei Elche. Äh, habe ich jetzt hier dabei. Dann hole ich mal das Bison. Weil es hier noch einen braucht und ich kann auch mal eins töten. Schau mal in den Kisten, ob ich eins habe. Ich habe zwei Bisons. Ja, schau mal in den Kisten, ob ich noch einen Elch habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich habe gesagt, ich habe zwei Bisons. Das sind quasi vier Rehe. Ja, wir brauchen die Elche. Das ist ein Rison und einen Trotan, einen Bogen, ein paar Holzbretter. Und das war's. Okay, ich habe drei Elche. Ich meine was? Ich meine, wie ist es jetzt? Ich hätte ein Leben halten würden von Essen her. Das hätte ein Vogel auf meinem Kopf gelandet. Problemisch hätten wir, dass wir keinen Kühlschrank haben. Ich habe doch gesagt, wir sollten ein Ding als Ding machen. Nein. Nein. Das mache ich genau jetzt eins. Okay, okay. Aber davor musst du mir helfen, mein Ding zu machen. Meine Wohnung. Weil dann würde ich sie genau da reinstellen. Denn das macht es nämlich so Essenslager hier. Ich meine hier auf die Farm. Ich bin quasi dazu gemacht, ein Essenslager zu machen. Nein, willst du nicht? Ist hier dein Haus? Krass, ich bin gerade in die Mache. Ich verblende es. Gleich schmerzt es. Da kommt Dynamit. Achtung. Gibt es Dynamit in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Bomben oder so. Ich sitze hier. Ich bin bestimmt einfach so Feuerpfeile, so Bombenpfeile. Boom. Ich bin nicht erlaubt, in deinem Gebiet irgendwas zu machen. Du hast mich gekickt. Ich habe überhaupt nicht gekickt. Ich habe dich jetzt gar nicht erlaubt. Das ist nicht nett. Also du bist Einwanderer. Ich erlaube dich nachher. Nachdem du einen Eingangstest gemacht hast. Das darf man nicht. Warte, hast du das ganze Essen für Batscheri, Batscheri? Batscheri, Batscheri. Warte, ich lege es in die Kiste, ich lege es in die Kiste. Ich lege auch alles in die Kiste. Ich lege gerade 150 Punkte bekommen für den Hasen. Der ist doch geil. Hase, Hase, Hase. Wäre doch schön, Hasen. Weißt du schon, wie witzig. Ich bin einfach dieser Art von Mensch in diesem Spiel, wo sich zwei tote Hasen im Rucksack reinflopft. Und ein Bison. Gibt es eigentlich... Ja, Resource Efficiency gibt es. Okay, das wird das Buch schneller gemacht. Äh, Batscheri. Oh. Efficiency heißt ja, dass man weniger braucht. Oh. Schlauer Junge. Das war eigentlich schneller, das war weniger. Schlauer Junge, wie lange dauert es? Fünf Minuten. Das ist eigentlich noch vollkommen okay. Das dauert nicht so lange wie die anderen Sachen. Nein, nein, nein. Ich mache Kanzel, weil ich habe es nicht verbunden. War dumm. Ich muss verbinden, dann muss ich nichts eins tragen. So, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt arbeitet er. Fünf Minuten, dann ist fertig. Dann haben wir Batscher. Prinz, wir haben das deine Maul, wir müssen es immer noch leveln. Ich weiß, ob das Stein pultet. Du hast recht. Wie sieht es mit meinem Stein aus? Mottet stone. Ach lol, der Stein macht immer noch bei dir. Ja, da habe ich jetzt hier einen Kisten hier. Ich baue schon mal das Holz ab. Ist das mein Hammer überhaupt? Weiß nicht. Wir müssen das nächste Mal wieder Holz finden. Ich habe schon wieder 444, 444, 54 Dinger. Punkte. Was ist das? Also entweder gibt das Spiel uns gar keine Punkte, oder es ist viel zu viel. Ist ja okay. Das gefällt mir. Okay, 15 war das Maximum. Das heißt, packen. Ich hole jetzt einfach mal hier rein. Oh lol, kann man Fenster drehen? So, ich glaube schon. Ich kann mein Fenster nicht drehen. Ah, jetzt geht's. So, das hier. Dann Place. Oh, das sieht doch gemütlich aus. Fenster oben, aber in der Decke, wo man nicht durchgucken kann. So, wir machen es doch ab, oder? Ne. Ich will es nicht so haben. Ich will es nicht so haben, nein. Hast du mir gerade wieder gesprochen? Ne, ich bin da gehen. Oh! Tja. Äh. Oh lol, ich komme nicht mit meiner Tür rein. Äh, der ist nicht so gut. Are you sure about that? Yes. Was, wenn es ziemlich gut ist? Dann ist es ziemlich fantastisch. Alter, es geht zu weit. Ich werde den Zuschauer immer gucken, ich versuche, wenn ich so eine Scheiße labern. Ich nicht, du schon. Sind wir die Zuschauer? Nein, ich meine, ich laber keine Scheiße, du schon. Ey, fress du? Nee. So hoch. Ich habe 229 Skillpunkte. 566. Ich habe gerade nur mein Haus zur Hälfte abgerissen und durch Steine ersetzt. Was soll denn das? Jetzt habe ich 300 Skillpunkte. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ja, gut. Das ist etwas merkwürdig heutzutage. Das macht Spaß. Komm, jetzt siehst du, das ist Pay2Win. Was? Ja, das ist Spiel, das ist Pay2Win. Du kaufst dir einmal einen Server und gewinnst das Spiel. Yeah, du musst dir keinen Server kaufen. Ja, aber du siehst doch, wie krass das gerade funktioniert hat. Du kannst auch das Server selber einrichten. Shhh. Was hat nichts mit Pay2Win zu tun? Die Leute müssen das nicht wissen. Ich habe 350 Skillpunkte. Wie viel? 350. Ich habe 650. Das ist es, ja. Also ja, auf Leveln, Babujiwi macht nichts mehr bei mir. Jetzt möchte ich kurz gucken. Und zwar. Was brauche ich für die Fenster? Mortar Stone Construction. Gibt es irgendwas in Eko, das sehr viel Erde braucht? Keine Ahnung. Weil ich glaube, ich habe sehr viel Erde. Ich klebe mal Stone Construction. Ja, Mortar Stone Construction. Ja, jetzt kann ich Fensterstein bauen. Ah, ich liebe es. Ah, jetzt hat die Dinger auf die Seite liegen. Aber Moment mal. Jetzt kann ich mir hier einen Kart bauen. Wenn ich Treppen habe, kann das Kart die Treppen hoch, gell? Äh, Treppen wurden jetzt nicht. Du musst Straßen machen. Ach stimmt. Ich war ja die ganze Zeit dabei, Straßen zu bauen. Das war das, was ich hier gemacht habe. Du Albst, du volles Idiot. Können wir jetzt eigentlich schon Straßen bauen? Ich glaube schon. Deswegen muss ich mich gleich darum gemacht. Die Brücke zu errichten. Ähm. Dein Ding hier funktioniert nicht. Welches Ding? Research Stable. Ja, weil ich das Haus abbaue. Dann baue du das Haus nicht ab. Ich bin gleich fertig heute. Also nachdem, was tun? Du hast ja eine wunderschöne Aussicht. Fast so gut wie meine. Nein. Ich habe nämlich keine. Geil. Muss ich da Stein holen? Das ist ein Hole in Hole in Hole. Dein Dach ist im Arsch. Das weiß ich. Ich bin gerade dabei. Okay? Das hast du nicht. Oh, ich habe 737 Punkte. Standard. Ob ich heute noch auf 1000 komme? Bestimmt, wenn du nichts machst. Das ist halt echt so die Sache. Ich muss nichts machen. So. Fenster hier. Ein Fenster dort. Warum kann ich eigentlich mal eine Schippe vererde gleichzeitig? Gibt es nicht irgendwie eine Sache, wo ich mehrere gleichzeitig hochnehmen kann? Äh. Karten. Mehr weiß ich nicht. Moment. Wo ist Digging? Man kann doch Digging aufleveln. Was bringt man das? Nee, das ist nicht so wirklich sinnvoll. Ich verliere nur weniger Essen. Also weniger Kalorien. Jetzt ist mein Haus ziemlich krass, würde ich sagen. Ja, und schon ist es ein Staunen. Dein Haus ist jetzt... Willst du unsicher? Aha. Ah. 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 Was war das? Ah! Butcheries war Hunter. Ich weiß. Ich dachte das wäre wenigstens beim kochen. Nein, weil das ist ja... Du musst das Fleisch erst mal auftreiben. Ich weiß aber trotzdem. Man muss es hier auch dann zubereiten. Nein. Und dafür gibt es ja die Advanced Campfire. Scheiße. Nein. Nein. Komme ich auf mein Haus eigentlich hoch? Treppen garantiert. Ich dachte mir dieser kleine Baum ist für irgendwas nützlich. Weil ich gleich auf mein Haus hochkomme. Aber ich bin nicht hochgekommen. Ich kann sagen ich komme nicht in ein Haus rein. Aber nein. Das geht doch. Campfire Skill. Dafür brauchen wir Charred Karmas bald. Wo finde ich Karmas? Das sind so blaue Blumen. Die musst du mit der Schaufel abbauen. Ja lol aber wo finde ich die? Mach auf der Karte Karmas auf. Ich mag diese Mechanik mit der Karte nicht um ehrlich zu sein. Ja warum denn nicht? Ja warum denn nicht? Weil es Kaffee ist. Nein. 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 Da Karmas. Karmas. Was Karma? Und in welcher Farbe wird mir das dann angezeigt? Keine Ahnung. Weil wir jetzt wirklich. Wir haben hier keine. Ja bei uns Energie. Ne wahrscheinlich nicht. Ne auf dem ganzen Planeten. Ne die sind erst in kleinen Gebieten. Wir werden die Show gleich selber noch machen. Ah ne weiter. Show in World. Oder? Ah ne LOL. Ja das ist das direkt angezeigt wird. Ne Show in World macht die Weltfarbe anders. Ja das zeigt das direkt in der Welt so an. Das sieht halt so viel besser aus wenn das an ist. Das Spiel. Doch. In lila werden die angezeigt. Ne Leute das sehe ich ja nicht. Das ist einfach so ein dunkler Reflekt. Das ist einfach so ein dunkler Reflekt. Das ist das. Also wenn du vor deinem Haus aus Richtung Wüste läufst dann kommt da eine kurze Stelle wo die sind. Äh. Bei 360 und. Ok. Ok. Ne jetzt. Falschkoordinaten zeige ich mich an. Es ist dieser Streifen da. Ja ja dieser Streifen. Liesner Streifen so. Ah. Da ist es nicht. So eine Sache. Ich sehe das ja meistens nicht. Ok. Lässt du da nachteil an wenn du fast Farben blind hast. Ich habe jetzt das Buch. Ich habe jetzt das Buch. Ich habe das Buch jetzt. Ich vergess immer dass ich keine Farben blind habe. Ich habe eine Farbe Schwäche. Storch's Chest. Ey da hast du wieder einen Bison. Soll ich das Bison töten? Ich glaube wir haben schon genug. Ich weiß. Vor allem aber wer bist du? Das hört sich nicht nach dir an. Ich weiß. Ich weiß. Ey kamas 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 kamas. Ey wo seid ihr? Ich muss ein Doppier größer machen. Ach das sind die Mistviecher. Diese blauen Blumen da. Oh la la die bin ich schon so vorbeigelaufen. Die musst du mit der Schaufel abbauen. Warum mit der Schaufel? Äh stimmt das sind Knollen. Das macht sogar Sinn. Scheiße. Alter ist ein Hase. Ich habe ein Deed für dich für das Bud-Treating. Dankeschön. Ach schon startet? Ja kannst du es leeren. Moment ich mach mal schnell die Kamas aus. Ich lege es in die einzige Giste ein wo ich zugreifen kann. Du könntest doch einfach mir denn denn. Weil direkt gegen geht ja noch gar nicht. Nein. Das ist auch wieder bescheuert irgendwie. Ja. Wo ist es? Da ist es. Mein gutes Butchery. So. Was kann man eigentlich noch so als nächstes machen? Als nächstes mache? Zement und Brick Construction Lips. Ich habe gerade 74. 50. Ich habe Property Dinger bekommen. So. So. Soll ich es direkt ausmachen? Wenn du willst. Keine Schriftung. Ich weiß nicht warum aber das ist irgendwie ziemlich mies. Ich habe jetzt alles bei Self Improvement ausgemaxt. Stimmt Self Improvement gibt es ja auch noch. Ich habe jetzt komplett alles ausgemaxt. Ich habe jetzt auch noch 100 Punkte. Jetzt habe ich nur noch 100. Ich habe auch noch 100 Punkte. Nein ich habe auch noch 100 Punkte. Ich fühl mich ein bisschen mies dabei, mit meinen Armenpunkten. Nein, nein. Das darf man. Oh, ich komm noch hoch. Guckst du noch mal, was wir bei Advanced Camp Fighting brauchen? Moment. Uno Momente. Advanced Camp Fighting. Ein Chared Camas, zwei Chared Tomatoes. Warte, leck mich. Also, ich brauch das, weil ich hab den Effizienz hier ausgemaxt. Ähm, ich auch. So, dann brauchst du's genauso. So, ähm. Ich hoffe, das ist die richtige Deed. Nein, stimmt nicht. Yes, das ist die richtige. Yes. Ich denke, du sollst mein Haus in die Richtung vergrößern. Das ist ja zu klein. Ja. Beste, mein Vorteil. Ich hab unten hier, mein Haus ist unter der Erde. Ja, aber du musst, wenn du das ausbaust, dann schon probieren. Ich weiß, das ist assig. Deswegen werde ich es in einen Keller umwandeln, in dem da nur Zeug drin steht und oben drüber werde ich weiter bauen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab grad fünf Maiskolben von einer Pflanze bekommen. Das ist ziemlich gut. Mach mal ne Stone Ramp. Du hast deinen Pitch und deine Stone Ramp gemacht. Hab ich recht? Nein. Ich hab zehn Pitch und 20 Stones zu einer Stone Ramp hinzugefügt, um die zu starten. Das sind diese schon krasseren Straßen. Ich hab recht. Achschluss. Engineer. Ich habe immer recht, außer wenn ich Unrecht habe. Oh. Ah, ich kann jetzt Waterwheels bauen. Oh, das ist ziemlich nice eigentlich, oder? Ich glaub schon, ja. Dieses Kämpfer ist ziemlich mysteriös. Das teleportet gleich alles, was ich besitze, in meine Kiste. Aha. So, vorstelle ich mir vor, so wäre das. Zwei Maiskolben, gell? Ja. Also Charred Maiskolben. Ja, natürlich Charred. 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 Ui, Junge. Moment. Niesen. Niesen. Doch nicht. Ich muss von dir Geld verlangen, wenn du meine Dinger der Table nutzt. Den hab ich gemacht. Ich weiß, das wird zwar dir, aber ich soll's verlangen, schön. Ja. Du kriegst zu viele Skepppunkte. Ja, der hat auch kurzzeitig sehr viel bekommen. Das ist irgendwie immer noch sehr witzig. Vielleicht sollte man danach noch einen Butcher Retail machen, oder? Ja, den brauchen wir auch dafür. Aber ich glaub, den kriegst du damit. Oder den kannst du damit bauen, oder so. Ich kann ihn jetzt schon bauen. Ja, dann bauen jetzt. Erstmal warten, oder? Nein, nein, du brauchst ihn jetzt bei dir. Bauen jetzt, sofort. Ja, aber ich hab keinen Platz unten. Ich muss aus meinem Haus ausweiten. Nein. Nein. Du brauchst ihn jetzt. Ich muss doch erstmal Wände reintun. Nein. Du brauchst mich kein Holz mehr. Nein. Ich hab noch Holz. Ich hab noch 16 Holz, das war's. Kannst du mir helfen mit meinem Dreck hier unten? Oder wenigstens mir eine Rampen geben. Dann kann ich wenigstens alles reintun und kannst auf einmal rausfahren. Weißt du, was ich sage? Hm? Wie das Ganze weitergeht? Das sehen wir im nächsten Part von Echo. Oder den Economy Simulator. 2000. Das ist der Economy Simulator. Das ist der Economy Simulator 2018. Ja. Das darfst. Weiß ich nicht. Hallo.